Herzlich willkommen beim Vortrag Fehler beim Hausbau. Mein Name ist Michael Jakovitsch, ich bin Bauherrnbegleiter und Baumeister. Ich beschäftige mich seit rund eineinhalb Jahrzehnten mit den Themen Einrichtplanung und Bauausführung und bin geschäftsführender Gesellschafter der Jakobbau und Immobilien GmbH. Was macht ein Bauherrnbegleiter? Ein Bauherrnbegleiter sichert dem Bauherrn den ruhigen Schlaf. Es geht hauptsächlich um Unterstützung in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Ein Bauherrnbegleiter bietet nicht nur Hilfe während der Baubasis, sondern auch vor Baubeginn. Hier geht es hauptsächlich um Angebotsvergleich, um Haftungsthemen, wie zum Beispiel das Baukoordinationsgesetz, das besagt, dass der Bauherr für die Sicherheit auf der Baustelle zuständig ist. Ein Bauherrnbegleiter hilft beim Vertrag, Zahlungsplan, Haftungsrücklass, Deckung.